Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von 4 zu 1, dem Stadtgespräch vor Ort. Heute hier in der Tagesklinik an der Sternbrücke in Magdeburg. Ich darf Ihnen mal ein paar Schlagzeilen aus den letzten Wochen vorlesen. Sachsen-Anhaltspolizei entdeckte 2013 24 Cannabisplantagen. Putzfrau findet in Magdeburger Kita Kokain. Kurierfahrt mit 2 Kilo Crystal im Auto oder was halten Sie von dieser Schlagzeile? Koks-Kondome für den Vatikan. Ja, Sie merken schon, liebe Zuschauer, heute soll es um das Thema Drogen gehen. Dafür haben wir uns auch wieder kompetente Gäste eingeladen. Wir wollen darüber diskutieren, was tun gegen Drogen, welche Drogensüchte gibt es überhaupt. Kann man da allein etwas machen? Wo kann man sich Hilfe holen? Wie ist zum Beispiel auch die Vorbeugung gegen solch eine Drogensucht und vieles mehr. Wir wollen uns natürlich auch darüber unterhalten, soll man Drogen legalisieren, wie in manchen anderen Ländern auch schon geschehen. Dafür haben wir uns wieder ein kompetentes Team zusammengestellt und das stellt Ihnen wie immer Dietmar Pauke vor. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich darf wieder wie immer in jeder Sendung die Gäste vorstellen und ich fange gleich mal mit der Dame rechts neben mir an. Frau Helga Mesen-Hühne, Sie sind von der Landesstelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt. Wem untersteht diese Stelle eigentlich? Und erzählen Sie mal ein bisschen über sich, wie sind Sie zu diesem Job gekommen? Ja, die Landesstelle für Suchtfragen im Land Sachsen-Anhalt gehört zur Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Das ist ein eingetragener Verein und der Zusammenschluss der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt auf Landesebene. Wir sind aber auch als Landesstelle Fachstelle für Suchtfragen dem Land gegenüber. Deswegen werden wir auch vom Land gefördert. Fachstelle sind wir auch gegenüber der Rentenversicherung Mitteldeutschland. Die fördert uns auch noch. Ich bin jetzt schon seit 1999 in der Landesstelle tätig. Das ist schon ziemlich lange. Und in meinem ersten beruflichen Leben habe ich in der Drogenberatungsstelle gearbeitet, zehn Jahre lang. Hier in Magdeburg? Nee, im Westen. Ah, Sie kommen, also Sie sind keine Magdeburgerin, nein? Schön, dass Sie fragen. Schön. Und wo kommen Sie nachher? Ich komme aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland? Gut. Dann mache ich weiter mit den Oliver Stange. Oliver ist derjenige, der uns auf das Thema eigentlich gebracht hat. Wir sind, wir kennen uns aus, von Facebook her, eigentlich mehr über Straßenbahnhobby, so ein bisschen draufgekommen, so durch Zufall. Und dann hat er mal eines Abends mir so ein bisschen was erzählt, da habe ich gesagt, Mensch, das wäre ein Thema mal für unsere Sendung, ob er daran Interesse hätte. Was machst du so endlich? Wie bist du dazu gekommen? Über das Thema selber kommen wir denn ja danach noch. Also zu dem Thema Drogen, also ich bin da draufgekommen. Es hat 2004 angefangen und ja, es war eigentlich mehr so durch Freunde bin ich da reingerutscht. Beruflich hast du mir uns ja vorher erzählt, willst du dich so ein bisschen selbstständig machen? Du kennst dich ja, habe ich mitgekriegt, so mit Technik und Computern fantastisch aus. Also wäre es ja eigentlich nur der richtige Mann für uns, was wir haben können gegen Bezahlen. Also ich habe mich vor, mich selbstständig zu machen. Ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe damals meine Schule abgebrochen, weil viele Probleme waren, Mobbing und so. Und da bin ich dann auch ein bisschen reingerutscht in die ganze Drogengeschichte, um mal abzuschalten, weil halt viel Stress war. Du bist aber Gebürtiger Magdeburger hier. Ich bin Gebürtiger Magdeburger. Holst du eine Reform, glaube ich. Reform, ja. Gut. Neben dir sitzt der Karsten Krause. Sie sind Schulsozialarbeiter an der IGS Regine Hildebrandt und kommen da sicherlich mit dem Klientel und das ist jetzt auch gelegentlich zusammen. Gelegentlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich tagtäglich damit zu tun hätte. Es kommt sicher mal vor, dass sich jemand vertrauensvoll an uns wendet und davon berichtet. Und wir haben unser Netzwerk, wo wir dann gut weitervermitteln können und dann die Schülerinnen und Schüler auch ernst nehmen. Seit wann sind Sie an der Schule dort in dieser Tätigkeit? Ich bin seit 2010 aktiv, aber die Schulsozialarbeit an sich. In der Schule gibt es schon seit 2009. Ich arbeite mit einer Kollegin zusammen und bilden da so ein Team und das ist ganz gut. Wenn mal Mädchen kommen, kann sich das Mädchen eben dann oder die Mädels dann an die Kollegin wenden und die Jungs dann auch mal an mich. Also wie gesagt, das Gemischgeschlechtliche macht dann auch ein bisschen was aus und das ist ganz gut so. Ja und neben Ihnen, last but not least, ist Herr Dr. Volker Kielstein, bei dem wir auch hier heute zu Gast sein dürfen in seiner Klinik. Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen, wie sind Sie eigentlich zu dem Beruf gekommen? Sind Sie Magdeburger und wie lange gibt es die Klinik eigentlich schon? Also ich weiß bloß, dass es das ja hier auch schon zu DDR-Seiten gehört. Ja, also ich bin Wahlmagdeburger schon seit 1962, nee 1960, Wahlmagdeburger seit 1960. Ich habe hier angefangen zu studieren, ich stamme aus Thüringen und habe dann 1971 hier eine neurologisch-psychiatrische Abteilung übernommen. 1972 weit und breit die erste Alkoholikergruppe gegründet, hier in Mitteldeutschland. Und 1978, nach wissenschaftlichen Untersuchungen zu dieser ambulanten Therapie, habe ich dann die Tagesklinik gegründet. Zunächst in einem Keller in der Lennestraße, in dem wir einen Stand besetzt hatten. Und dann sind wir kurz vor der Wende endlich hier dieses ruinöse Gebäude, damals ruinöse Gebäude, gekommen und haben dann diese tagesklinische Arbeit fortgesetzt. Und haben uns dann natürlich auch den neuen Suchtformen gestellt. Also es kamen dann Drogen dazu, unter anderem eben auch Christel. Und auch Spielsucht und all diese Dinge werden hier behandelt. Und im Moment ist das hier die größte Suchttagesklinik in Deutschland mit 35, 30 Therapieplätzen. Und daneben gibt es ein medizinisches Versorgungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Suchtmedizin. Sodass also die Suchtkranken auch immer einen ambulanten Anlaufpunkt haben. Und ja, also die Auseinandersetzung mit den Drogen hat uns doch in den letzten Jahren sehr geprägt. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass auf zehn Alkoholkranke hier immerhin 4,8, muss man sich überlegen, 4,8 Drogenabhängige kommen. Und da spielen wiederum die Mischkonsumenten eine große Rolle. Und da spielen wiederum die Christelabhängigen zunehmend eine Rolle. Also zum Mischkonsum gehört das heute dazu. Also vielleicht zwei Drittel aller sogenannten Mischkonsumenten, neben auch Christel. Vor der Wende waren Sie ja ein Teil der Polyklinik Süd, waren Sie sozusagen angegliedert. Jetzt sind Sie aber selbstständig. Das heißt, Sie arbeiten auf eigenes Risiko. Ich habe das ganze Modell auf eigenes Risiko über die Wende gebracht. Das war nicht einfach, aber da muss ich jetzt nicht mehr drüber reden. Das ist alles Geschichte. Wir haben natürlich auch wieder eine Straßenumfahrt gemacht. Und zwar haben wir die Magdeburger gefragt, sollen Drogen legalisiert werden oder nicht? Nein. Eindeutig nein. Was soll ich damit anfangen? Ich nehme so ein Zeug nicht. Also ich würde es verbieten. Nö, Alkohol und Zigaretten reichen. Wer ist dagegen? Und warum? Nö, dann nehmen das alle und dann sind es alle high. Ja, nicht. Das Gift und das verdaut die Gedanken von den Menschen. Nein, ich bin grundsätzlich gegen alle sowas. Ob Alkohol rauchen oder eben Drogen auch. Man sagt ja vieles über weiche Drogen, dass zum Beispiel Haschisch freigegeben werden sollte. Aber ich halte da noch nicht viel von. Ich habe noch die Befürchtung, dass Haschisch die Einstiegsdroge in stärkere Drogen darstellt. Alkohol ist Drogen. Absolut nicht. Warum nicht? Es gibt doch noch Drogen. Alkohol, Nikotin. Das reist doch hin. Was? So was gibt es? Gar nichts. Mir reicht Alkohol. Mein Bier reicht mir. Dankeschön. Von was? Von weichen Drohungen? Da halte ich gar nichts davon. Und warum nicht? Nein, weil ich grundsätzlich gegen Drohungen bin. In jeder Form. Ob weich oder hart, ist mir ganz egal. Ich halte davon nicht viel. Ich denke mal, dass das nichts bringt. Irgendwo im Endeffekt. Denn Rennsee, alle, voll gekifft noch durch die Straßen. Also ich finde, dass man das eigentlich machen sollte. Weil Alkohol ist ja auch erlaubt. Und bei Alkohol kann viel mehr passieren. Man kann so viel abhängig werden und so. Und ich glaube, wenn man das erlauben würde, würden es auch nicht mehr so viele nehmen. Weil es wäre ja nichts mehr dran. Ich bin dagegen wieder. Warum? Ja, weil ich es nicht gut finde. Weil es ist eine Droge. Also generell sollte man auch keine weichen Drogen freigeben. Drogen haben überall doch etwas die Gefahr nach Sucht. Es kommt aber darauf an, wie die Leute erstmal im psychischen Bereich stabil sind. Weil so gut dieses Thema auch gern von Parteien verwendet wird. Man muss immer aufpassen, wie die Leute draus sind und wie man die zugänglich macht. Auch in Werbung zum Beispiel. Wer meint, dass das braucht? Alkohol ist auch legalisiert. Zigaretten sind legalisiert. Kopfschmerztabletten kriegt man in der Apotheke. Wer meint, dass das braucht? Von mir aus. Was hältst du denn von der Legalisierung der sogenannten weichen Drogen? Finde ich in Ordnung. Weil ich es in Ordnung finde. Weil Cannabis ist meiner Meinung nach nicht viel schädlicher als Alkohol. Das weiß ich, weil ich jahrelang trotzdem 26 Alkoholiker war und Haschisch für in Ordnung finde. Bin ich eher nicht dafür, sag ich mal. Weil wie gesagt, wenn man es einmal legalisiert, dann gibt es einen Strick weiter. Selbst mal wird es immer mehr. Das ist meine Meinung. Also es gibt ja noch Drogen auf der Welt, selbst mal. Und die Drogen, die wir hier schon haben, die haben schon noch Schaden angerichtet. Das ist nur die Frage, ob es entstehen, bei der Benutzung oder bei der Konsumierung, je nach Mengen. Und die Menschen sind ja unterschiedlich. Ältere würden das immer mal im Rahmen nehmen. Und die jungen Leute, die Frust haben und Stress, gehen auf die Arbeit, die hauen sich das Rennen ohne Ende und schon verfehlt das sein Ziel nachher. Soll das frei verkäuflich sein oder nicht? Ja, ja, gut ist das. Also für mich nicht gut, aber für mich Drogen ist nichts. Null. Ja, soweit die Umfrage, liebe Zuschauer. Sie sehen nicht nur ein Problem mit Drogen, sondern wahrscheinlich auch ein Altersproblem. Die Älteren sagen nein, lehnen es völlig ab. Die Jüngeren sagen, na mal gucken, was da noch so kommt. Wir wollen jetzt aber erst mal klären, welche Süchte gibt es denn überhaupt, Dr. Kielstein? Nach welchen Süchten wird er heutzutage unterschieden? Ja, also wir haben erst mal so diese Substanzsüchte und dann haben wir so Verhaltenssüchte. Und traditionell hat man natürlich viel mit Alkohol zu tun, auch schon vor der Wende. Das ist ungefähr gleich geblieben. Die Drogen sind dann dazugekommen und bei Drogen eben einmal die Cannabis, vorwiegend Cannabiskonsumenten und dann solche, die Cannabis und andere Drogen nehmen, also auch auf Putschmittel und Kokain und eben, wie ich vorhin schon sagte, auch zunehmend Kristel. Und dann haben wir hier in der Niederlassung, in unserem Substitutionsprogramm, Leute, die eine Ersatzdroge bekommen, also Subotex oder L-Polamidon. Also das sind Heroinabhängige, die dann ärztlich kontrolliert dieses Mittel bekommen und wir bekommen diese Menschen damit aus der Szene heraus und über diesen kontrollierten Konsum versuchen wir sie dann auch weiterhin zur Abstinenz zu lenken. Dann sind Spielsüchte dazugekommen, das war also vor der Wende auch kaum ein Problem und dann auch so Internetsucht, Spiele, also Internetspiele und teilweise mit verheerenden Folgen. Also das sind Studenten, die seit vier Jahren nur noch am Computer gesessen haben und ihr Studium vergeigen. Und ja, dann gibt es natürlich noch so ein paar exotische Sachen, Kaufsucht zum Beispiel. Und dann, das ist nicht exotisch, die Essstörungen haben auch zugenommen. Also einmal in Form von Binge-Eating, also viel Essen, anfallsartiges Essen, das sind meistens sehr stramme Menschen, sehr dicke Menschen. Und dann in der Form eben von Anorexie, Magersucht und Bulimie und diese beiden auch gemischt. Das hat doch in einer gewissen Weise zugenommen. Wie ist das mit den Altersgruppen? Sie sprachen ja gerade von Studenten. Gut, okay, da waren ja in den letzten Jahren, war ja immer wieder dann auch mal die Rede davon, ja, Online-Gaming und Online-Spiele, die machen einen die Seele kaputt und wie auch immer, betrifft aber eigentlich nur die Jungen. Wie sieht das da aus bei den Altersgruppen mit den Süchten? Kann man da eine Staffelung vornehmen oder ist das gleich verteilt? Also bei den Spielsüchten, da gibt es schon ein Übergewicht von Jungen. So, aber es gibt natürlich auch Frauen, die das machen. Und bei den Drogenabhängigen gibt es auch ein gewisses Übergewicht, also von den Heroinabhängigen, ein gewisses Übergewicht von Männern. Bei den Mischkonsumenten, da gleicht sich das schon eher aus. Das sind also Frauen genauso beteiligt. Frau Mesenhühne, wie ist das in Sachsen-Anhalt? Welche, wenn Sie so die letzten, die haben ja auch ein paar Zahlen mitgebracht, wenn Sie sich so die Entwicklung ansehen, gibt es da so einen Trend, der deutschlandweit vergleichbar ist oder der nur Sachsen-Anhalt trifft? Wie könnte man das beschreiben? Und was man zunächst sagen muss, ist, dass wir in Sachsen-Anhalt die Hauptprobleme im Bereich der legalen Drogen haben und damit Alkohol. Da haben wir so viele Probleme, dass Sachsen-Anhalt sich im Bereich legaler Suchtmittel ein Gesundheitsziel gestellt hat. Und das bedeutet im Bereich Alkoholsenkung der alkoholbezogenen Gesundheitsschäden auf Bundesniveau. Das heißt, wir haben erheblich mehr Schäden. Wenn man sich die Hilfenachfrage anschaut im Bereich der illegalen Drogen, dann ist es so, dass Sachsen-Anhalt wie auch die anderen neuen Bundesländer die großen Probleme im Bereich Heroin so nicht gehabt haben. Es gibt Heroinabhängige natürlich, aber nicht in den Größenordnungen wie in den Westländern. Das sieht man auch in der Anzahl der Drogentoten. Also wenn Nordrhein-Westfalen 80 hatte, dann hatten wir zwei. Also das sind so ungefähr die Relationen. Ja, wir hatten dafür aber mehr, schon immer mehr traditionell Amphetamin-Konsumenten. Mehr Amphetamin-Konsumenten, das ist Speed. Wir hatten mehr Speed-Konsumenten als Heroinabhängige. Vielleicht bildet sich da jetzt auch ein bisschen die Crystal-Problematik ab. Crystal scheint ja, also Meth-Amphetamin-Konsum scheint ja nicht alle Bundesländer gleich zu betreffen. Vorzugsweise die Bundesländer an der tschechischen Grenze. Wir wissen aber auch von unseren Polizeibehörden und vom Landeskriminalamt, dass Crystal nicht mehr nur aus Tschechien kommt, sondern dass es durchaus auch schon eigene Labore gibt in einigen Ländern, weil das vergleichsweise einfach herzustellen ist. Und da trifft es vor allem offensichtlich Bayern, also Nordfranken, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen ein bisschen. Es gibt auch Einzelfunde woanders. Es gibt inzwischen auch einiges an Crystal in Hamburg und in Berlin. Meine Frage dahin, teilweise gibt es ja noch die Vorstellung, also ich will das jetzt nicht als romantisch bezeichnen oder so, aber die typische Vorstellung, Christiane F., haben wir alle im Kopf, dass die Junkies so aussehen oder, sage ich mal, Willie Nelson, der alte Hippie, der dann da durch Amerika braust und seine Country-Songs mit Kiffener Zigarre oder Zigarette vonstatten geht. Und so sehen aber heutzutage Drogenabhängige nicht aus, oder? Nö. Also früher gab es ja auch mal diese Klischees, dass hauptsächlich in politisch eher linksliberal stehenden Kreisen gekifft wird. Das geht heute völlig durcheinander. In der Regel, also den ideologischen Kiffer scheint es nur noch im Ausnahmefall zu geben, sondern Cannabis scheint als Suchtmittel gerade bei jüngeren Leuten auch nicht als einziges konsumiert zu werden, sondern in der Regel wird dazu auch getrunken. Und zwar links wie rechts. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Was ich ganz faszinierend fand bei der Frage Legalität, Illegalität, ist, dass neulich in unserem landesweiten Arbeitskreis Suchtprävention Präventionsfachstellen erzählt haben, Jugendliche würden sie fragen, wie kommt das eigentlich im Bereich Alkohol? Da werde ich danach gefragt, wie alt ich bin, und da gibt es Suchtprävention. Wenn ich Haschisch kaufe, fragt mich kein Mensch, wie alt ich bin. Das Verrückte ist ja, Cannabis ist verboten. Das zeigt zum einen, es ist ganz einfach zu kaufen, und zum anderen, es gibt überhaupt kein Unrechtbewusstsein. Und es gibt auch nicht so etwas wie Jugendschutz. Das hat aber mit der Illegalität zu tun. Mal noch eine letzte Frage in der Hinsicht, Sie sind ja nun vom Land Sachsen-Anhalt sozusagen mit dabei. Ist denn das Thema jetzt auch wirklich in der Landesregierung angekommen? Muss man einfach mal so fragen, oder wird das gerne mal, Sie machen das schon, weggeschoben? Auch die Frage ruhig danach an Dr. Kirstein. Nö, also ich habe den Eindruck, dass die Landesregierung, also quer durch alle Parteien, die beschäftigen sich durchaus mit aktuellem Suchtgeschehen, auch intern, innerhalb der Ausschüsse. Die Landesregierung im Gesundheitsministerium, auch im Innenministerium, befassen sich auch damit. Die hängen das nicht permanent an die große Glocke, und das ist auch richtig so, weil das ganz schwierig ist mit Präventionsbotschaften. Es ist ja nicht so, dass jeder kifft. Also ich gehe mal von aus, jetzt hier von uns, weiß ja jetzt nicht, wie es mit Ihnen so ist, aber in der Regel wird eigentlich nicht so gekifft. Also man muss auch sehr vorsichtig sein mit dem, was man da veröffentlicht. Ja, also auf jeden Fall ist es an der Landesregierung angekommen. Es wird gesehen, es wird gesehen, ja. Frage an Dr. Kirstein. Also das heißt, Sie werden auch mit offenen Armen empfangen, wenn es um bestimmte Problematiken geht, die Sie mit entsprechenden Leuten in der, sage ich mal, Ministerial-Ebene absprechen müssten oder könnten? Das kann ich so nicht sagen. Also die Alkoholproblematik, die ist ja allgemein bekannt. Essstörungen auch. Aber zum Beispiel die Problematik der Mischkonsumenten, Mischkonsumenten, das sind ja die vielen, ich sagte ja 4,8 auf 10 Alkoholiker, die meisten sind Mischkonsumenten. Das ist meines Erachtens noch nicht entsprechend angekommen. Das sind die Cannabis-Leute, das sind die Leute, die Speed und Ecstasy nehmen und die auch Crystal nehmen und inzwischen auch häufig Kokain. Und das sind häufig junge Leute, das sind manchmal Studenten, das sind Leute, die noch ein stabiles soziales Umfeld zum Teil haben, die auch gesundheitlich noch nicht so beeinträchtigt sind, die aber frühe Hilfen brauchen. Und diese frühen Hilfen bieten wir zum Beispiel hier in dieser Einrichtung. Aber ich habe sowohl bei manchen Krankenkassen, aber auch an anderen Stellen nicht das Gefühl, dass ich mit dem Angebot, was ja dann auch bezahlt werden muss, logischerweise, sehr willkommen bin. Ja, also da gibt es noch Klärungsbedarf. Da gibt es noch erheblichen Klärungsbedarf. Sie sprachen gerade das nochmal an, also im Spiegel war letzte Woche ja nochmal auch ein Beitrag, da ging es um eine Umfrage. Der Drogenbeauftragte hat ja jetzt die letzten Zahlen bekannt gegeben, der Bundesregierung, das vor allen Dingen ein Drittel der Befragten Schule und Studium als Grund nennt, zum Beispiel für Crystal Meth. Bleiben wir vielleicht mal bei den Drogen an sich. Kommen wir mal zu Herrn Stange. Sie hatten ja vorhin schon erwähnt, dass das im Freundeskreis so passiert. Wie geht das so vonstatten? Wie muss man sich das vorstellen? Also bei mir hat das so angefangen, dass ein Kumpel meinte, 2004 rum, also da war ich 14 gewesen, meinte zu mir, ja, ich habe da was mit und das kann man rauchen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht geraucht, also keine Zigaretten. Und dann haben wir einen sogenannten Eimer dafür gebaut, weil wir keine Pfeife hatten. Das ist praktisch eine Apparatur aus einem abgeschnittenen Tetra-Pack und einer abgeschnittenen... Also ähnlich wie einer Wasserpfeife so ungefähr. Genau, genau. Und da wird das halt nicht durchs Wasser durchgefiltert, sondern es ist halt direkt drin und man zieht es direkt rein. Und das Erste war erstmal, dass ich total ins Husten gekommen bin. Ja. Und danach hat sich ein Gefühl eingestellt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Aber was waren Ihre Beweggründe, es durchzuziehen, also es zu machen, in dem Moment? Ich bin neugierig. Neugierig, einfach nur neugierig. Ja. Und meinen Sie, dass das auch bei vielen anderen Jugendlichen zum Beispiel der Fall ist, die da mit in Kontakt kommen? Oder manchmal liest man ja auch, ja, die Clique, wenn die Clique sagt, du mach schon, du mach schon und die anderen machen es und du machst es nicht. Das ist auch wahrscheinlich ein Grund, nehme ich mal an, oder? Ja. So, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, denn, das war dann bloß einmal ausprobiert, sozusagen. Irgendwann kam dann das wieder, dass man das ja mal wieder machen könnte. War ja eigentlich ganz cool gewesen. Man saß dann halt so in einer Gruppe und war halt relaxed und gechillt und konnte gut miteinander kommunizieren und so. Und dann ist das immer mehr geworden. Haben Sie das von sich selber bemerkt, dass Sie das brauchen oder war das für Sie noch normal? Es ist schwer zu sagen. Also, ja, es ist, ja, man will halt dieses Gefühl wieder haben. Lange behalten, genau. Wann hat das Umfeld so, Familie, Freunde, Schule vielleicht, weiß ich nicht, gemerkt, dass da was nicht stimmt mit Ihnen? Ja. Wie haben die reagiert? Ich war eigentlich schon immer relativ ruhig gewesen. Das meinen Eltern, glaube ich, noch nicht so früh aufgefallen. Haben wir ja auch meistens bloß gemacht, wenn wir in unserer Truppe unterwegs waren und, und, und so. Und, ja. Ja, das stelle ich mir ja nicht immer ganz einfach vor. Und wann war der Zeitpunkt oder wie ging das vor sich, als Sie sagten, jetzt muss ich den Schnitt machen, jetzt muss ich hier den Hammer fallen lassen und mich jemandem zuwenden? Also, ich habe das dann irgendwann mal meiner Mom erzählt. Die fand es natürlich gar nicht gut. Und, ja. Nur Ihre Mutter oder gab es andere Vertrauenspersonen, die Sie zu dem Zeitpunkt noch einweihen konnten? Ich glaube, mein Detail habe ich es dann auch irgendwann erzählt, aber die haben mir jetzt nicht strikt gesagt, du hast jetzt keinen Kontakt mehr mit deinen Freunden, wir wollen das nicht, dass du das machst. Und sie waren halt abgelehnt, aber haben halt nicht strikt gesagt, dass ich damit aufhören muss. Wie lange hat sich das hingezogen, bis Sie den ersten Schritt von sich selber gemacht haben, ja, ich gehe in eine Therapie in Form? Das hat sich ziemlich lange hingezogen. Das waren immer mal so Phasen gewesen, wo es dann ziemlich viel geworden ist. Also es war wirklich teilweise ein Jahr, wo dann jeden Tag gekifft wurde. Dann kamen noch andere Substanzen zu, so Speed, so um sich dann halt wieder aufzuputschen. Und dann diese Wirkung, die sich dann überschneiden, das ist dann auch noch relativ interessant. Und dann habe ich mich damit auch übers Internet befasst, was es noch alles gibt. Und durch die Leute, wo man das beschafft, kommt man ja auch meistens noch an andere Sachen ran. In der Gruppe selbst, wo Sie die Drogen genommen haben, ich meine, denn letztendlich gibt es ja auch Entzugserscheinungen irgendwann mal. Wurde darüber geredet? Oder nur, wann kann ich, wann kommt die nächste Ladung, die ich nehmen kann? Da dreht sich alles nur darum. Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe es dann wirklich mitgekriegt, wenn mal nichts zu beschaffen war. Also wir sind wirklich fast jeden Tag losgefahren, weil wir hatten noch nicht viel Geld. Jeden Tag dann immer mal ein bisschen geholt. Und wenn dann halt nichts da war oder nichts klar ging, dass keiner Zeit hatte, um was zu holen, dann hat man wirklich schon gemerkt, dass man, ja, dass man unausgeglichen ist. Dass man, dass man, also ich habe dann wirklich teilweise zu meinen Leuten gesagt, die hatten was ihr habt, wollten aber nichts abgeben. Und ich habe dann gesagt, naja, ich werfe euch jetzt raus. Ich, 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 ich brauche jetzt meine, meine Ruhe. Das wird mir jetzt zu viel. Ja. Ja, das stelle ich mir aber trotzdem immer schwierig vor, dann endgültig den Riegel vorzuschieben und zu sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Die waren ja zu dem Zeitpunkt noch selber abhängig. Ja. Gut, Herr Dr. Kielstein, ja, ist das so eine typische, sage ich jetzt mal, ein typischer Verlauf von Leuten, die zu Ihnen kommen? Ganz typisch. Ja, der probiert mal, so unter Freunden, ist auch die Gesellschaft, es geht ja nicht um die Droge am Anfang, sondern es geht um, um Gesellschaft, sich wohlfühlen und so. Und dann rutscht man da rein und wird abhängig und wenn er dann nichts hat, dann muss er die rausschmeißen, weil er das nicht ertragen kann. Und so wird der Zwang, die Droge zu nehmen, immer stärker. Und dann ist eben dann der Punkt da, wo man vielleicht ohne fremde Hilfe schlecht rauskommt. Und dann gibt es so eine Phase, eine frühe Phase des Ausstiegs. Also wenn jetzt Therapieeinrichtungen oder Beratungsstellen oder so leicht erreichbar sind, dann irgendwann hat dann so ein Junge die Schnauze voll oder die Eltern spielen nicht mehr mit oder die Freundin macht nicht mit oder er merkt, dass die Gesundheit nicht gut ist oder irgendwas. Da sollte man den Leuten was anbieten in dieser Frühausstiegsphase. Wenn diese Frühausstiegsphase vorbei ist, dann dauert das nochmal eine längere Zeit und dann kommen die häufig erst, wenn die Beeinträchtigungen und die Schäden viel größer sind. Kommen dann mit 26, das ist die erste Lehre vergeigt, die zweite Lehre vergeigt, die Eltern spielen nicht mehr mit, die Freundin hat sich verabschiedet. Also man müsste alles dafür tun, in dieser frühen Phase Hilfe anzubieten. Bei solchen Mischkonsumenten, sage ich jetzt mal so, wie er einer ist. Da sind wir ja schon bei diesen Ursachenforschungen. Es gibt ja sicherlich zig Untersuchungen darüber, wie sowas losgeht, woran man das erkennen kann. Ist das schon so, dass man sagen kann, ja gut, okay, du kriegst jetzt hier so eine Handhabe, Punkt 1 bis 10 und wenn du dich daran hältst, dann bist du clean. Ach, das wäre schön, ja, wenn das so ginge. Deswegen sage ich es ja so ein bisschen zesterisch, ja. Das Reinkommen ist ein Prozess und das Rauskommen ist auch ein Prozess. Also das ist ein Funken von der Motivation oder irgendwo drückt was und dann kommt der wohin. Und wenn er also schnell wohin gehen kann und bekommt Hilfe angeboten, dann entwickelt sich die Motivation weiter. Dann gibt es auch wieder einen Rückfall. Und dann ist es ja nicht nur so, dass die jungen Leute in die Szene gehen, sondern wenn der aussteigt, dann kommt der, stimmt's, der lange Arm der Szene und sagt, willst du nicht. Ja, also meine Freunde, die haben das ja weitergemacht. Es ist ja immer so, dass einer hatte immer irgendwie was bei und dann kam man wieder auf die Idee. Ja, man könnte ja mal was. Und so muss man also diese Anfangsmotivation ausnutzen und also jetzt in einen Prozess einsteigen. Also zum Beispiel, es kommt jemand hierher und ist motiviert und er macht eine Entgiftung und hat das alles gut hingekriegt und dann auf einmal hält er es doch nicht durch. Und dann muss man weiterführende Hilfen anbieten und dann muss man sich auch überlegen, welche Hilfe greift. Die jungen Leute wollen nicht immer gleich vier Monate irgendwo hin in eine Reha-Klinik, aber dann kommt auch der Punkt, wo wir sagen, also mit diesen ambulanten und tagesklinischen Möglichkeiten kommen wir nicht weiter und dann muss ja eben die Reha-Klinik. Aber wir können eben mit unseren Möglichkeiten hier schon sehr viele motivieren und auch abfangen in einem frühen Stadium. Wenn die dann vielleicht noch zwei, drei Jahre einen Rückfall haben oder so, das ist ja so wild auch wieder nicht, weil man das dann auch wieder abfangen kann. Ich darf noch mal eine letzte Frage, bevor wir dann weitergehen, weil wir wollen ja noch mal auf Crystal Meth noch mal explizit eingehen, das ist ja nun die neuere Droge. Hat die Schule da was bemerkt bei dir oder hat sie dir irgendwie in irgendeiner Form und du bist in die Schule auch gegangen und hast einen Lehrer des Vertrauens gehabt, wo du mal mit jemandem reden konntest? Ich habe erst angefangen mit Rauchern, wo ich nicht mehr zur Schule gegangen bin. Also ich hatte Probleme gehabt, habe auch mehrfach die Schule gewechselt, hatte immer wieder mit den Mitschülern Probleme, weil ich war immer relativ ruhig, habe mich praktisch bemüht, meine Aufgaben gut zu machen und dann kamen immer die anderen und ja, was bist denn du für ein Freak, weil ich halt viel vorm Rechner saß zu der Zeit und ja, das ist dann für mich ziemlich problematisch geworden. Wäre das so etwas Typisches an der Schule, dass man dort hingehen kann oder dass ihr sofort bemerkt, ja, da ist jemand, der da mit eventuell mit der Drogenproblematik zu tun hat, mit solchen Verhalten? Kommt teilweise vor, dass wenn Verhalten oder sich andere Dinge im privaten Bereich wieder verändern, wir registrieren das, dann nehmen wir das gut ernst auf jeden Fall. Wir haben die Möglichkeit, dann erstmal zu schauen, erstmal auch im Vertrauen zu sprechen, weil gleich los zu poltern, jetzt zu sagen, okay, wir informieren gleich alles, die Welt verrückt zu machen. Aber wir haben natürlich Fälle und wir gehen sensibel vor und wir wissen, wir können Beratungsstellen anzapfen. Das gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, um da was zu tun und dass, ja, wieder da was passiert, also in positiver Hinsicht auf jeden Fall. Gut. Zur allgemeinen, also zur Prävention und Schule kommen wir später nochmal. Ich will mal noch einen Ball zu Dittmar werfen. Auch im Spiegelstand 2012 gab es insgesamt 2650 Personen, die mit Crystal Meth in Berührung kamen, die auffällig waren, eine Steigerung, ich konnte es glauben, glauben, um 51 Prozent in einem Jahr. Wie ist das möglich? Ja, ich wollte eigentlich auch gerade mit sich hart anfangen, nämlich die Welt hat ja vor kurzem einen größeren Artikel drin gehabt, da unter der Überschrift die Horrordroge, die perfekt zum Zeitgeist passt. Warum ist Crystal Meth gerade jetzt so auf dem Vormarsch? Welche Ursachen gibt es da? Einmal von der Konsumentenseite und einmal vielleicht auch von der Anbieterseite? Also Anbieterseite ist ein gutes Stichwort. Damit man eine Droge nehmen kann, muss es sie geben. Es gibt sie. Es gibt sie gerade an der tschechischen Grenze, das ist allgemein bekannt, aber nicht nur dort. Das heißt, das Angebot spielt eine große Rolle. Es passt zum Zeitgeist, natürlich, schneller, höher, weiter. Unsere Suchtberatungsstellen sagen, dass ein Großteil der Klienten, die Substitutionsmittel kriegen, weil sie opiatabhängig sind, Crystal-Bike-Konsum haben. Das passt perfekt, weil die Substitutionsmittel häufig die Leute ruhig machen. Sehr ruhig und auch die Stimmung nicht positiv beeinflussen. Sie eher drücken Also die Ersatzdroge, wie Polamidon oder... Elpholamidon, die drücken eher auf die Stimmung. Und Crystal macht das Gegenteil. Das lockert auf, das macht euphorisch, das macht schneller und es scheint auch stärker zu... Sehen Sie, ich kriege schon wieder das dumme Gefühl, ich betreibe Drogenwerbung. Hab ich auch gerade gedacht. Ja, aber man kommt ja gar nicht drum rum. Also was will man denn machen? Man muss ja schon offen informieren. Crystal hat eine angenehme Wirkung, das muss man mal sagen. Und es scheint auch so zu sein, dass es subjektiv, vordergründig, leistungssteigernd wirkt. Subjektiv. Was Crystal so gefährlich macht, ist, dass es Löcher im Kopf macht. Das ist die einzige mir bekannte Droge, vielleicht kennen Sie ja noch eine andere, die innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich neurologische Schäden macht. Das ist unglaublich. Das heißt, da wird dieser angenehme Effekt sehr, sehr teuer bezahlt. Die anderen Aufputschmittel machen es auch, aber nicht so schnell. Aber nicht so schnell und nicht so massiv. Crystal macht auch selber gar keine Wirkung, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern setzt körpereigenes Dopamin frei. Zerschießt im Hirn die Zellwände und dann kann das körpereigene Dopamin freigesetzt werden. Das ist unglaublich. Wie sieht das mit Ecstasy aus? Das ist eine völlig andere Wirkweise. Völlig andere Wirkweise und ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte das Thema Drogenwerbung jetzt verlassen. Nein, das ist das Problem. Man muss immer, wenn man über Drogen spricht, auch über die Vor- und die Nachteile reden. Aber Ecstasy macht eben auch diese Effekte im Gehirn. Aber wie schon gesagt. Aber andere, hat eine ganz andere Wirkweise. Und das ist eben das Problem, glaube ich, dass... ich hoffe jetzt sehr, dass die Konsumentengruppen, die noch nachdenken über das, was sie tun. Wir haben ja gerade bei Crystal zum ersten Mal das Phänomen, dass es keine Droge ist, die sich an eine Schicht bindet oder an eine bestimmte Altersgruppe, sondern es gibt ja Crystal-Konsum auch durchaus bei Leuten... Bis zum... und in durchaus bürgerlichen Schichten. Vielleicht nicht in exzessiven Konsum. Unsere Suchtberater sagen, es gibt Leute, die konsumieren schon seit Jahren. Allerdings nicht exzessiv, sondern wesentlich geringere Dosen. Schäden kriegen die trotzdem. Und zwar hauptsächlich Schäden in den Gedächtensleistungen. Also das, was anfangs toll ist, man kann sich viel merken, man kann viel leisten, verkehrt sich ganz schnell ins Gegenteil und braucht sehr, sehr lange, bis es sich wieder herstellt. Aber das weiß Dr. Kielstein sicher besser als Mediziner. Ja, die schlechte Nachricht ist, dass es so schnell Löcher macht und die gute Nachricht ist, dass es regeneriert sich wieder. Aber das dauert eben lange. Dann muss der eben zwei Jahre abstinent sein. Und was muss ich tun, bis der zwei Jahre abstinent ist? Da habe ich eine Menge Arbeit und der Betroffene auch. Da muss ich auf einen totalen Veränderungsprozess einlassen. Und die Droge ist eben so in der Wirkung offensichtlich so angenehm und so toll. Und wir machen ja ambulante Entgiftung. Also in Sachsen zum Beispiel in der Zeitung steht, furchtbar, man kann die nicht entgiften und wie schwierig das alles ist. Ist überhaupt nicht schwierig. So, wir haben hier zum Beispiel, ich kann mal ein paar Zahlen, 14 Leute ambulant entgiftet in einer Serie und die haben alle die ambulante Entgiftung geschafft. So, aber damit ist eben noch nicht alles erreicht. Dann muss der ja noch entwöhnt werden, also er muss auch stabilisiert werden, psychisch stabilisiert werden und er muss das dann aufrechterhalten. Und das ist eher das Problem, die Aufrechterhaltung der Abstinenz dann bei Christelabhängigen. uns scheint es so zu sein, dass aber diese schnelle körperliche Schädigung auch einen gewissen positiven Effekt hat. Viele kommen nämlich an und fühlen sich total abgemagert und krank und kaputt und das ist so ein Punkt, wo dann viele auch aussteigen wollen. Genau. Und deswegen muss man dann schnelle Hilfe anbieten, von heute auf morgen. Wie kann man diesen Vormarsch endlich stoppen? Ich meine, es ist ja angeblich relativ leicht herzustellen. Viele machen es selber und es gab ja schon mal das Urheids-Medikament bis 1988, als Aufputschmittel, dieses Pervitin und der Wirkstoff-Ephedrin, der ist ja eigentlich auch in vielen Erkältungsmitteln mit drin. Dann war es eigentlich relativ ruhig und ab 2009 ist es so auf dem Vormarsch. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich war schockiert, als ich hörte, dass André Agassi Christel-Konsument war, dass dem deshalb die Haare rausgefallen sind. Wir hatten immer gedacht, der hat sich die rasiert, damit er besser aussieht. Aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Aber der hat ja den Absprung irgendwie auch wieder geschafft. Wie kann man aber den Vormarsch stocken? Also ich habe eine Idee. Also zum Beispiel, wir in unserer Einrichtung, wir sehen das alles im Rahmen dieses Mischkonsums und der kriegt eben immer ein anderes Profil. Und als erstes muss man sich diesem Phänomen verstärkt widmen. Ich rede da schon seit ein paar Jahren darüber. Jetzt gibt es von der Landesstelle diese Christel-Konferenz. Das ist also genau die richtige Richtung. Also man muss sich einmal von professioneller Seite stärker darum kümmern. dann muss man vielleicht auch deutlich machen, für die Betroffenen, welche Gefahren das beinhaltet. Ob das gerade ihn oder andere am Anfang abhält, wo das so toll wirkt, ist noch die andere Frage. Ja, die Fotos sind ja schockierend. Aber man muss auf alle Fälle darauf aufmerksam machen und man muss schnelle und effektive Ausstiegshilfen anbieten. Und da ist also sozusagen dieses Rehabilitationsmodell greift zu spät. Es muss also in den Beratungsstellen, auch bei niedergelassenen Ärzten, aber auch in unserer Einrichtung, die ja wohnortnah und akutmedizinisch arbeitet, da muss man diese erste Welle abfangen und da kann man dann die Verschlechterung verhindern und vielleicht auch mehr Problembewusstsein schaffen. Und was auch wichtig ist, wir müssen mit den Eltern zusammenarbeiten, die ja den rasanten Verfall ihrer Kinder oder Jugendlichen miterleben und hilflos sind und nicht wissen, wie sie sich dazu einstellen sollen. So und wir machen hier zum Beispiel jede Woche eine Angehörigengruppe und da kann man sehen, in welcher Not- und Hilflosigkeit die Eltern sind und dass man die Eltern unterstützen muss, wird dort deutlich und auch der Austausch zwischen den Eltern und die neuen Strategien, sich zu verhalten, die bewirken sehr viel. Darf ich das ergänzen? Ja, gerne. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Dr. Kielstein, ich finde diese Bilder, die aus den USA kommen, absolut kontraproduktiv. Die sind ganz grauenvoll. Unsere Suchtberater sagen, es gibt ab und an inzwischen Klienten, die tatsächlich vergleichsweise schnell verelenden. Aber die sind die Ausnahme. Und es dauert viel länger, als man das an diesen Bildern, die über die Medien kommen, sieht. Die Bilder machen nämlich einen schrecklichen Effekt. Otto und Emma, normal Crystal-Konsument, sehen die Bilder und denken sich, oh, ich doch nicht. Ja, genau. Der Kumpel, den ich kenne, der schon seit zwei Jahren Crystal nimmt, der sieht doch ganz anders aus. Das stimmt doch alles nicht. Und in dem Moment glauben die nichts mehr. Die glauben nicht, auch ernstzunehmende Warnungen über die Substanz und ernstzunehmende Informationen, weil die sagen, ach, diese Erwachsenen wieder, dieser Hype, das ist doch alles Quatsch. Das heißt, ich halte diese Bilder sind gefährlich und konterproduktiv. Um diese Schäden zu sehen, die sind abgemagert, aber auch unter unseren Patienten. Wir haben inzwischen im Jahr, ich weiß nicht, 20, 30 davon, da kommt keiner so an, wie das auf diesen Bildern aussieht. Die Bilder spiegeln auch ein bisschen amerikanische Gesundheitsversorgung. Jetzt wird es auch so fest, dann da ehrlich heißt. Oder man liest sich im Internet zu Crystal und sieht dann halt, dass es im Zweiten Weltkrieg verwendet wurde und denkt sich dann... Was soll der Quatsch? Was damals gut war für Pilotin ist heute gut für mich. Ja, genau. Das heißt, übertragen auf Prävention. Prävention muss aufhören, auf so eine billige Art Angst zu verbreiten, sondern muss stärker sachgerechte Information verbreiten. Das ist das eine. Und das zweite will ich noch mal wirklich ausdrücklich betonen, was Sie sagten, es ist ganz wichtig, Konsumenten früh zu erreichen und dann, wenn sie Hilfe suchen. Und da kriegen wir ein Problem, ein Ausstattungsproblem. Das betrifft Ihre Einrichtung mit Sicherheit auch und das betrifft alle Suchtberatungsstellen auch. Die haben dermaßen viele Crystal-Konsumenten im Moment und die müssen die eigentlich dann beraten, wenn sie kommen. In dem Moment. Weil es kann sein, morgen kommen sie nicht wieder und in einer Woche schon mal gar nicht. Das können Sie sich nämlich nicht merken. Die Terminvorgabe wäre ungünstig. Das können Sie sich leider nicht merken. Das heißt, man muss mit denen arbeiten, wenn sie vor der Tür stehen. Und die Kapazität, diese Personalkapazität muss ich erst mal haben. Dann sagt die Beratungsstelle, Moment mal, was ist mit meinen Alkoholkranken? Da leidet auch das ganze Familiensystem. Ich kann die doch nicht nach Hause schicken, nur weil da auf einmal drei Crystal-Bängel in meinem Wartezimmer sitzen. Das geht doch nicht. Und da gibt es echte Probleme und da müsste tatsächlich kurzfristig auch mal von den Kommunen mehr investiert werden. Also wir haben ja so ein System, also innerhalb von drei Tagen bis zu einer Woche gibt es den ersten Termin. Aber fragen Sie mich nicht, mit welchem Aufwand. Das sind alle Therapeuten eingebunden. Also alles, was hier arbeitet, wird in so eine Art Aufnahmedienst eingeteilt und die müssen dann die Vorgespräche führen und dann werden die beim Arzt vorgestellt. Weil der Arzt kann das überhaupt nicht schaffen. Der kann nicht am Tag dann immer ein Stundengespräch mit all denen machen. Also wir behelfen uns so. Aber eigentlich wird das auch bei uns nicht finanziert. Das ist Service. Für eine private Einrichtung, wir können nur das ausgeben, was wir verdienen. Ist das eigentlich keine gute Situation. Wie hast denn du den Absprung geschafft wieder? Also bei mir war es vor zwei Jahren, also 2012, da hatte ich eine Phase gehabt, wo ich viel Mischkonsum betrieben habe. Also ich habe neben Cannabis und Alkohol auch Amphetamine, also Speed und Ecstasy konsumiert und hatte dann keine Pausen mehr dazwischen gelassen. Also habe wirklich jedes Wochenende Ecstasy konsumiert, dazu Speed gezogen und hatte dann eine Panikattacke, weil ich mir anscheinend einen Nerv eingeklemmt habe und habe gedacht, ich muss sterben und bin dann auf der Intensivstation gelandet. und ab dem Zeitpunkt wurde mir dann klar, weil ich danach dann auch noch, also seitdem habe ich jetzt auch noch Panikattacken, habe es jetzt auch schon relativ gut unter Kontrolle. Ich habe jetzt schon meine Tricks gefunden und dass es nicht so schlimm ist, weil man denkt wirklich in den Augenblick, man würde sterben und es wird immer mehr im Kopf und man will einfach nur raus aus dieser Situation und da war für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr. Also da muss jetzt Schlussstriche zogen werden. Also aus eigenem Antrieb sozusagen. Genau die Druckpunkte, wo sich was in Bewegung setzt. Ja, der kriegt eine Panikattacke und weiß nicht mehr weiter und da dreht sich das. Bevor es einem nicht schlecht geht, kommen die meisten nicht, oder? Es muss einem, bei Sucht ist es so, bei der Therapie, es muss was drücken und es muss was ziehen. Das heißt also, negative Ereignisse im Leben drücken natürlich und es muss auch eine Behandlungssituation sein, die zieht, die nicht abstößt und es muss natürlich auch, er hat ja dann auch ein Ziel, nämlich wieder ein normales Leben zu führen. Das zieht auch. Also nur mit Motivation aus der vollen Gesundheit heraus schafft man nicht viel. So, sie ändern sich auch erst dann, wenn es zwingt. Ich habe noch eine Frage an Herrn Stange. Haben Sie denn jetzt noch Kontakt zu Ihren Freunden von damals? Und Sie sind jetzt seit zwei Jahren clean. Wie sehen Sie das? Finden Sie das gut? Sind auch Freunde von Ihnen clean geworden? Oder war es noch abhängig? Also der Konsum von den chemischen Drogen hat ganz stark abgenommen, seitdem es mir halt so schlimm ging. Die haben halt selber mitgekriegt, dass es immer mehr wurde, dass man wollte halt immer Party haben. Dieses Gefühl von Ecstasy, das kann man nicht beschreiben. Man könnte wirklich jeden umarmen, es ist alles so toll. Und dann merkt man aber wirklich schon, wenn man mehr davon genommen hat, dass es nächsten Tag einem wirklich Hunde-Elend geht, dass man sich krank fühlt. Und dann wirklich über die Tage noch. Also wir hatten wirklich, Freunde von mir und ich hatten das wirklich über die ganze Woche, wo wir uns dann auch im Internet belesen haben, ob das noch normal ist, ob das wieder weggeht. Und seitdem, also meine Freunde, die kiffen jetzt nur noch ab und zu. Die stehen mitten im Berufsleben, also wenn sie abends von Arbeit kommen oder so, mal zum Entspannen ein. Aber so allgemein der Konsum hat sehr stark abgenommen. Hängt das auch mit dem Alter zusammen, dass man den, sagen wir mal, in Anführungszeichen doch vernünftiger wird? Wahrscheinlich auch mit dem Alter, ja. Gut, so lange sollte man, denke ich mal, nicht warten, bis man etwas älter ist und vernünftiger. Dann in dem Moment, jetzt stellen wir uns mal vor, derjenige steht vor der Tür, weil es zwickt und zwackt. Wie läuft dann so eine Entgiftungskur bei Ihnen? Also wir würden jetzt mit ihm erstmal ein Gespräch führen und mal gucken, was mit ihm überhaupt los ist. Und es gibt ein bestimmtes Schema für die Vorgeschichte, damit man auch an alles denkt. Und man muss auch an medizinische Komplikationen denken, wenn man eine Entgiftung macht. Und wenn das dann alles durch ist, wird er beim Arzt vorgestellt und dann würden wir sagen, okay, wir halten dich für geeignet, eine ambulante Entgiftung zu machen. Wir haben in der Gruppe jetzt, gerade in dieser Entgiftungsgruppe, haben wir noch ein paar andere junge Leute und dann wirst du sehen, dass sie das auch schaffen. So, und dann würde er Tabletten kriegen, gegen Entzugserscheinungen, für eine Woche oder für zehn Tage, manchmal auch ein kleines bisschen länger und würde jeden Tag dann hier in eine sogenannte Entgiftungsgruppe kommen. Also jeden Tag anderthalb Stunden Gruppentherapie. Da entsteht Motivation, da kriegt er mit, wie das bei den anderen läuft, dann kann er jemanden sehen, der schon ein paar Tage weiter ist und der dann mitgezogen wird. Also er lernt eigentlich das Grundhandwerk, um auszusteigen. Und parallel dazu lassen ja die Entzugserscheinungen nach und nach zehn Tagen oder einer Woche ist er erst mal frei. Also er kann ins Bett gehen oder er kann sich frei bewegen ohne die Droge. Dann beginnt natürlich die nächste Etappe, nämlich diesen Zustand aufrecht zu erhalten. So, und dann, wenn die bei uns Behandlung machen, dann stellen wir den Antrag bei der Krankenkasse und die Krankenkasse genehmigt das. Eine große Krankenkasse brauchen wir vorher überhaupt nicht zu fragen. Die verlassen sich auf unser Urteil. Und dann geht er nahtlos sechs Wochen in die Tagesklinik. So, jeden Tag so ein Halbtagesprogramm mit drei therapeutischen Einheiten, die darauf ausgerichtet sind, ihn zu befähigen, eben abstinent zu bleiben und so. Und wir haben ihn auch unter Kontrolle. Und Kontrolle spielt am Anfang auch eine Rolle und wird von den Betroffenen auch akzeptiert. Und wenn das vorbei ist, dann geht er nahtlos in eine Gruppe. Also er geht dann zu demselben Therapeuten, also hier in diesem Raum sitzt Herr Kramer. Er würde bei Herrn Kramer das machen und würde dann zu Herrn Kramer in die Nachsorge-Nachbetreuungsgruppe gehen. Und diese Nachbetreuungsgruppe wird auch regelmäßig sozusagen vom Arzt betreut. Ja, und da kann er so lange hingehen, wie er will. So, nun kommt es aber vor, dass er für diese Strategie nicht kräftig genug ist. Also er wird immer wieder rückfällig oder so. Ich wollte gerade fragen, was ist das mit rückfälligen? Dann sagen wir, okay, wir sollten jetzt eine stationäre Rehabilitation veranlassen. Dann geht er in eine Reha-Klinik bei Drogen für vier Monate. Und dort ist natürlich mehr Schutz, mehr Abschirmung und es ist auch leichter, da clean zu bleiben. Und von da aus kann er dann in eine Rehabilitationsnachsorge gehen. Das bezahlen dann die Rentenversicherungsträger. Ja, aber Rückfälle gibt es ja und die gibt es natürlich auch nach der Rehabilitation. Also sozusagen die Strategie, mit der man alle Leute hundertprozentig trockenlegt, die gibt es nicht. Ich will nochmal auf meine Statistik kommen. Wir hatten also in einem Zeitraum 20 Christelabhängigen. Davon wurden 14 ambulant entgiftet. Die haben das alle geschafft, diese ambulante Entgiftung. Dann waren welche, die waren stationär und es waren auch zwei dabei, die haben kalt entzogen. Also einfach von alleine. Und von diesen 20 Leuten erreichten 15 diese sechswöchige tagesdienische Behandlung. Und von diesen 15 Leuten haben drei abgebrochen. Also Abbruchquoten sind ja in allen therapeutischen Einrichtungen ein Problem. Das ist wenig. Also man kann sagen, drei Viertel haben durchgehalten und die Hälfte ist dann in dieser Nachbetreuung gelandet. So. Und man muss natürlich sich dann überlegen, was wird mit denen, die abgebrochen haben oder die nicht in die Nachbetreuung gehen. Dann muss man sich fragen, ob man das vielleicht nochmal macht oder ob man vielleicht, ob der nochmal in diese Entgiftungsgruppe geht, einfach um sich nochmal zu stabilisieren oder ob man gleich eine stationäre Rehabilitation vorbereitet. Aber dazu muss der natürlich auch bereit sein. Also da spielt das Umweltfeld eine Rolle und die Freundin und manche wollen das nicht machen, weil sie Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Also es sind diffizile Fragen und die Behandlungsstrategie hängt also nicht nur ab von seiner Abhängigkeit, sondern eben auch von vielen anderen sozialen und arbeitsmäßigen Umständen. Apropos arbeitsmäßige Umstände, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ein Drittel dieser Befragung, die da jetzt stattgefunden hat, als Grundschule und Studium angibt. Gibt es auch Kontakte zwischen Schule oder Studiengängen oder der Uni und Ihrer Tagesklinik? Also wir machen zum Beispiel hier drüben im Hegel-Gymnasium, machen wir Prävention. Da nehmen wir also solche jungen Leute wie Ihnen mit oder die Schüler kommen hierher und dann unterhalten wir uns darüber. Es hat nicht viel Sinn, da als Onkel-Doktor aufzutreten und den Zeigefinger zu heben und zu sagen, also so ist das, sondern in der Diskussion mit Betroffenen ist das am wirkungsvollsten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kontakte, die Direktkontakte mit den Schulen und Jugendeinrichtungen intensiver sein könnten. Also weil die meisten kommen irgendwie von selbst oder über den Hausarzt oder vielleicht auch mal über eine Beratungsstelle, aber es könnte auch eine Jugendeinrichtung sagen, also wir haben hier ein Problem und wir wollen mal gucken, ob das wirklich so ist. Ich meine, es ist ja nicht jeder, der mal kifft oder der mal Christel genommen hat oder so, ist ja nun nicht gleich abhängig. Aber man muss das klären und muss auch den Hilfebedarf klären. Carsten, wie ist das bei den Schulsozialarbeitern? Ist das auch ein Thema, wenn ihr besprecht ja auch bestimmte Sachen, ist das an den Schulen gleich oder unterschiedlich, wie man da vorgeht? Gibt es auch mal Hilferufe? Wir können jetzt nicht alle über den Kamm scheren und sagen, dort gibt es gar keine Drogenthemen oder dort gibt es ganz viel. Ich denke, was gerade schon angesprochen wurde, ist erstmal ins Gespräch kommen und dann präventiv arbeiten, das heißt auch Projekte mit Beratungsstellen, die es ja vor Ort im Magdeburg gibt, denke ich an die Drogenberatungsstelle. Mit denen Kontakt nehmen wir auf jeden Fall auf und führen dann auch Projekte durch. Also das wird auch gut mit Schule dann abgesprochen. Das kommen dann Lehrer auch mal auf uns drauf zu und sagen, Mensch, hier habe ich was registriert und dann führen wir sowas durch. Genau, dann ist es für uns auch ein Thema. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Lehrer sich da in der Hinsicht nicht verschließen, weil man dann denkt, das geht mich jetzt dem Moment nichts an oder ich kann damit, denke ich mal auch, kann eine Verunsicherung sein der Kollegen, dass man da nichts verkehrt macht im Moment. Genau, aufklären, also ganz wichtig, wie gesagt, da aktiv zu werden, also nicht wegschauen, das ist ganz wichtig und dann, wie gesagt, auch nie reinstürmen wie die Feuerwehren, nur ganz, ganz viel nur in Bewegung setzen und dann immer einen Finger auf jemanden zeigen, das ist totaler Quatsch, sondern einfach, wie gesagt, da aufklären im Sinne von ins Gespräch kommen und erst mal die Bandbreite auch deutlich machen, was passiert, wenn und ich glaube, dann setzt das auch was in Gang und dann werden Jugendliche oder die Kinder zumindest, die werden dann auch wach und dann der ein oder andere überlegt sich das und kommt dann auch mal vorbei und sagt, Mensch, hab doch noch mal eine Frage. Das macht er natürlich nicht vor der Klasse, also würde sich dann niemals irgendwie dann die Blöße geben oder so. Die Landesstelle hat ja auch so eine Ausstellung momentan zu laufen an verschiedenen Schulen, wie kommt das so an? Sie meinen den Klarsichtparcours zu Alkohol und Tabak, der kommt wunderbar an, weil der darauf beruht, mit Schülern zu Gefährdungssituationen oder zu bestimmten Umständen, was der Alkohol und Tabak angeht, ins Gespräch zu kommen. Also es gibt zum Beispiel eine Station in diesem Parcours, da sollen Schüler mal einschätzen, wie viel Alkohol in Bier ist, wie viel in Wein ist, wie viel in Schnaps ist. Das kann kaum jemand richtig. Und das ist total faszinierend, weil man denkt ja immer, man weiß alles über Alkohol. Nee, weiß man nicht. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Dieser ganze Parcours beruht darauf, dass Jugendliche sich befassen und sich selbstbewusst zu machen, wie ihre Haltung ist zu Konsum. Zu Konsum von Tabak und Alkohol und dann sich wieder ihre Meinung bilden, weil das tut jeder von uns. Jeder von uns entscheidet sich zu Konsum, egal was das jetzt ist. Die Frage ist, wie bewusst ist uns das und nach welchem Informationsniveau machen wir das. Und das macht dieser Parcours sehr gut. Der weckt überhaupt keinen Widerstand. Sie haben den Onkel Doktor angesprochen, den man stecken lassen kann. Das kann man in der Prävention grundsätzlich mal sein lassen. Es geht wirklich darum, gute Situationen zu schaffen, in denen Leute bereit sind zu lernen, gerne lernen und bereit sind, ihre Haltung zu überprüfen. Und wir sehen ja auch, wir reden jetzt zwar sehr viel über illegale Drogen, aber epidemiologisch muss man sehen, dass die Quote der Raucher bei den jungen Leuten seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Das tut sie nicht von selbst. Die Tabakindustrie ist alarmiert und sie hätte das sehr gerne anders und tut ihr Bestes, jugendliche Zielgruppen möglichst früher an ihre Marken zu binden. Das ist eindeutig ein Effekt von Nichtraucherschutzgesetzen und auch veränderten Präventionsstrategien wie zum Beispiel diesem Parcours. Und was man auch sieht, netter Nebeneffekt, parallel zum Sinken der Raucherquote bei Jugendlichen sinkt die Quote der Neueinsteiger in Cannabiskonsum. Wer nicht raucht, hat es schwieriger zu kiffen. Sehr netter Effekt. Nur man darf sich da überhaupt nicht drauf ausruhen. Es ist ganz wichtig, das weiterzuentwickeln und weiterzufahren, weil die Wirtschaft schläft nicht und die Tabakindustrie verdient und zwar uns Summen und die Alkoholindustrie auch. Und die Lasten, die das mit sich bringt, die zahlen wir alle. Ja, und nicht nur die Wirtschaft profitiert von. Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist ja, sagen wir mal, der Staat, der Staat. Der ist ja sowieso durch die Steuern. Genau. Legale Drogen zu beschaffen ist ja relativ preiswert, sage ich mal. Illegale Drogen zu beschaffen ist ja nicht ganz so einfach. Da gibt es ja auch die Beschaffungskriminalität. Um die zurückzudringen, wäre es da ein Modell wie in Holland oder Colorado, weiche Drogen zu illegalisieren? Ich habe mich mit der Frage viel befasst, weil ja klar war, dass die heute auf der Tagesordnung steht. Das ist ja unser Thema auch. Ganz genau. Man darf, glaube ich, zwei Bereiche nicht vermengen. Das eine ist die Frage, sind illegalisierte Drogen, wir haben beschlossen als Gesellschaft, dass bestimmte Drogen illegal sind, werden sie illegalisiert, haben die Suchtpotenzial und bergen die Gefahren. Ja, das tun sie. Muss man mal so sagen. In welchem Ausmaß steht noch auf dem anderen Blatt. Und die zweite Frage ist, macht die Drogenprohibition Sinn? Das ist die zweite Frage, die kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine Resolution, die haben schon 106 Strafrechtsprofessoren in Deutschland unterschrieben. und die sprechen sich dafür aus, die Drogengesetzgebung in Deutschland zu überprüfen, weil die sagen, die Drogengesetzgebung, ein Ziel der Drogengesetzgebung ist, Schäden von Menschen abzuwenden. Und die sagen, das passiert aber leider nicht. Wenn man mal guckt, bei der Strafverfolgung werden in der Regel Kleinkonsumenten erwischt und Lebensläufe schwer beeinträchtigt. Das ist eher ein Schaden als ein Nutzen. Dann sagen die, dieses Recht wendet sich hauptsächlich gegen die Konsumierenden, aber nicht gegen die Hersteller. Weil es werden, also de facto, weil es werden viel mehr Konsumierende erwischt, deren Verbrechen besteht, aber im Wesentlichen darin, sich selbst zu schädigen und nicht anderen was anzutun. Also die hinterfragen einfach die Logik der Gesetzgebung. Also es sind insgesamt mehrere Punkte und die sprechen sich dafür aus, die Drogengesetzgebung einfach mal neu anzuschauen. Das fände ich auch wichtig. Ich glaube nämlich die Frage, sollte man legalisieren oder nicht, die lässt sich nicht einfach beantworten und schon mal gar nicht in fünf Minuten. Das geht nicht. Zum Beispiel Cannabis als Schmerzmittel zuzulassen? Es ist ja zum Teil schon so. Es gibt Ausnahmegenehmigungen, es gibt sogar schon Regelungen zum Eigenanbau. Wenn man nämlich mit den synthetisch hergestellten Cannabino-Iben nicht zurechtkommt, kann man auf Sonderantrag, auf eigene Kosten mit ärztlichem Gutachten tatsächlich bis zu bestimmten Ausmaß selber anbauen. Das geht, aber das ist auch das Einzige, was geht im Moment. Es gibt Bestrebungen in fast allen großen Städten, sowas wie Social Clubs einzurichten, wo Jugendschutz gewahrt wird, wo Cannabis unter ganz strengen, sauberen Bedingungen für Konsumenten zur Verfügung steht. Ein deutscher Coffeeshop jetzt. Ich sag mal, Drug-Checking-Projekte. Das ist ja noch eine Thematik für sich, haben wir in Sachsen-Anhalt gar nicht. Letztes Jahr hatten wir eine Tagung, die hat die Fachhochschule Polizei ausgerichtet, in Kooperation mit dem LKA und mit uns. Da haben die die Leiter gehabt vom gemeinsamen Gift-Informationszentrum Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg, Vorpommern und Gift-Informationszentrum aus dem süddeutschen Rahmen. Und die haben beide gesagt, was sie wissen über die Wirkung von illegalen Drogen, das wissen sie als Drug-Checking-Projekten. Das ist das Verrückte. Das heißt, die haben auch einen Effekt, der nützlich ist für die Allgemeinheit. Die wissen auch neue Trends. Die weiß sonst keiner. Also ich kann jetzt nur so Splitter liefern, so Informationssplitter. Ich finde jedenfalls, dass die Diskussion es wert ist, geführt zu werden. Das finde ich ganz wichtig. Und eine Frage, die dabei natürlich auch eine große Rolle spielen muss, ist die Frage des Jugendschutzes. Ich muss sagen, seit dieser Bemerkung von der Fachkraft für Suchtprävention, die mir erzählt, dass die Jugendlichen sie fragen, wieso man eigentlich leichter Cannabis kaufen kann als Alkohol. Da bin ich selber ins Denken geraten. Nicht, ob man legalisieren sollte, sondern ich habe gedacht, da muss man doch diskutieren. Diese Strafrechtsprofessoren sagen, ein Riesennachteil der Prohibition ist die Beförderung mafiöser Strukturen. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum die Amerikaner das mittlerweile genehmigen. Natürlich. Genehmigen, ja. Aber selbstverständlich. Und mafiöse Strukturen, die sagen ja nicht, nö, nö, wir beschränken uns auf Cannabis, das ist nicht ganz so gefährlich. Nee, nee. Wo Mafia drin ist, ist auch häufig Prostitution drin und Waffenhandel. Also das ist ja häufig nicht so klar zu trennen, ja. Das ist gesellschaftlich hochgefährlich. Aber der Misserfolg der Prohibition hat drei Ursachen. Einmal die mafiösen Strukturen, zweitens das Konsumbedürfnis der Bevölkerung, ganz einfach, und die Gewinninteressen der Industrie. Also das große Geschäft bei der amerikanischen Prohibition hat ein kanadischer Konzern gemacht. Und also diese... Bei welcher Prohibition jetzt? Bei der amerikanischen in den 20er Jahren. Alkoholprohibition. Genau. Aber das sind immer die drei Faktoren. Also das Gewinninteresse... Da geht noch ein weiterer und ist viel deutlicher. Und das, was Sie sagen, ist natürlich auch richtig. Die Illegalisierung hat eben große Nachteile und die Kleinen erwischt man und die Großen, die... Ja, die gehen... Das ist die eine Seite. Also Legalisierung hätte in dieser Hinsicht eine Menge Vorteile. So auf der anderen Seite ist eben auch die Gefahr nicht zu unterschätzen. Absolut. Also wir haben seit der Wende, ich sage das immer etwas, vielleicht ein bisschen plakativ, die Zahl der Schizophrenen Psychosen, also der jungen Leute, die so Wahnvorstellungen haben, Stimmen hören oder Verfolgungswahn haben, hat sich bestimmt verzehnfacht seit der Wende. So die Schizophrenien sind in allen Bevölkerungen ungefähr gleich. Und das bleibt auch über die Zeit gleich. Und wenn sich das jetzt plötzlich vervielfacht, dann hat das einen Grund. Und da spielt zum Beispiel Cannabis eine große Rolle. Auch diese anderen Mischdrogen spielen eine Riesenrolle. Aber schon allein Cannabis und die Inhaltsstoffe haben zugenommen bei Cannabis. Und die Psychosen davon, die erleben wir ja hier. Ich meine, in unserem Programm, wir erschrecken da nicht so sehr, weil wir auch gleich einen Psychiater dabei haben, der das dann auch mal ein halbes Jahr mit bestimmten Medikamenten behandeln kann. Aber das ist eine Riesengefahr. Und die zweite große Gefahr, die muss man auch sehen, es werden so Lebensläufe, laufen so leer. Also ein vollkommen gesunder junger Mensch fängt mit 14 Jahren damit an und geht aufs Gymnasium oder macht Schulausbildung oder irgendwas. Und plötzlich sitzt er mit 26 Jahren da und hat nichts. Hat seine Schule nicht geschafft, hat seine Lehre nicht geschafft. Also diese beiden Dinge, die muss man eben auch im Auge behalten. Und da gebe ich Ihnen recht, es ist nicht einfach, hier eine Lösung zu finden. Aber man sollte sich wirklich mit den Professoren noch mal zusammensetzen, ob man vielleicht auch das Legalsystem ändert. Weiß ich jetzt nicht. Sie haben vorhin gerade noch mal kurz eingehakt bei diesem deutschen Coffeeshop, sage ich jetzt einfach mal. Wäre das eine Idee, Leute da sanft zu entgiften? Es ist eine schwierige Frage. Also was ich zurzeit auf jeden Fall noch schlimmer finde, ist der Vormarsch von den sogenannten Legal Highs. Also dass Leute, die halt Cannabis mal konsumiert haben, sich die gleiche Wirkung erhoffen und sich dann Substanzen kaufen, die noch nicht verboten sind, weil die immer in China immer wieder geändert werden. und sowas habe ich auch selber mal ausprobiert. Kann ich auf jeden Fall sagen, ist absolut krass. Also die Wirkung ist tausendmal krasser. Also man kann die eigentlich gar nicht niedrig genug dosieren. Nach dem Rauchen habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich nicht mehr vorlesen konnte. Ich habe einen Artikel aus dem Internet, wollte ich einen Kumpel vorlesen. Das ging nicht mehr. Er hat dann angefangen zu lachen. Und ich so, na, probier doch du mal zu lesen. Er konnte es auch nicht mehr. Also die Wirkung ist da noch viel schlechter einzuschätzen als von den illegalen Sachen. Sie haben auch vorhin gesprochen im Internet. Da ist es also praktisch, wenn ich jetzt das so höre, für mich eine Anleitung, immer schnell mal noch schneller, noch weiter, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, noch schneller zu bestimmten synthetischen Drogen zu kommen. Dann gibt es den nächsten Hype. Ist das so eine Stufe, die nirgendwo endet für Sie? Die? Ja. Ist es? Ja. Was sagt der Fachmann? Ja, es wird dann plötzlich, wie Badesalz und alles sowas, wird plötzlich verboten. Aber die Hersteller sind viel schneller. Also es ist verboten und schon ist das Neue wieder da. Und das wird natürlich über das Internet rasant vermittelt. Nun gibt es ja gerade heute, ganz aktuell steht in der Zeitung, dass also Drogendealertum und Schmuggelbandengeld, wie auch immer, zusätzlich ins Bruttoinlandsprodukt mit eingearbeitet werden. Das ist doch eigentlich, läuft doch dem konträr, was wir gerade diskutiert haben. Naja, das ist vor allem zu kurz gesprungen. Man muss vor allem die Kosten mal dazu rechnen. Man darf das gerne mal tun, wenn man das ins Bruttosozialprodukt mit aufnimmt. Dann sind das ja Verluste. Ja, also das sind ja keine Einnahmen, schon mal gar nicht Einnahmen für den Staat. Das sind doppelte Ausgaben. Also wenn man zynisch ist, kann man sagen, auf Alkohol und Zigaretten macht der Staat Gewinn und zwar nicht zu knapp, ja. Aber auch dem stehen ja Ausgaben in Größenordnung gegenüber, die von den Einnahmen überhaupt nicht gedeckt werden im Bereich Alkohol schon. Das muss man ja sehen. Die werden über die Sozialkassen, also Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter aufgefangen und die zahlt jeder von uns. Die zahlt jeder von uns. Und diese Ausgaben sind weitaus höher als die Einnahmen. Und im illegalen Bereich müsste man sich das genauso angucken, ja. Also das wäre... Im Grunde ist das ja ein moralisches Problem. Das moralische Problem, was Sie jetzt auch gerade ansprechen, steht darin, dass Gewinn höher steht als menschliche Werte. So, und das ist, dieses Phänomen haben wir in verschiedenen Bereichen, da will ich gar nicht erst anfangen. So, und idealerweise können wir ja heute mal so sagen, idealerweise sollte sich das ändern, dass also über den Gewinninteressen und sonstigen politischen Interessen, Machtinteressen, eben menschliche Werte stehen. Die würden das ja regulieren. Aber da hat schon Karl Marx gesagt, das wird nicht funktioniert. Wir sind aber jetzt nicht bei Karl Marx, sondern wir sind bei der letzten Runde. Ich möchte nochmal, ich weiß, das ist schwer, ich möchte einfach nochmal von jedem von Ihnen ganz kurz, wenn möglich, kurz in einem Satz. Ich bin für oder gegen die Legalisierung von Drogen, weil... wir fangen aber mal bei Herrn Stange an. Also ich bin eigentlich für die Legalisierung von Marihuana, von anderen Sachen nicht, weil man auf jeden Fall das unterbindet, dass jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zu einem Dealer hingeht, um sich was zu kaufen, hat er auf jeden Fall noch andere Substanzen da, dass man erst mal daran nicht kommt und es sollte auf jeden Fall kontrolliert werden. Also es sollte Orte geben, wo man auch drüber aufgeklärt wird. Nicht, dass die Substanz einfach bloß da ist, sondern dass man auch aufgeklärt wird, was passieren kann. Verbraucherinformation sozusagen. Okay, Carsten? Ja, diese Frage vermag ich jetzt gar nicht in dieser kurzen Zeit auch, weil ich gerade so viel Information, ich bin so geflecht, was es nämlich alles so gibt und ich kann einfach nur sagen, man kann einfach nur die Vernunft appellieren und ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben, um eben da was weiter voranzubringen zum Thema Drogen. Also ich kann mich jetzt nicht hinreißen lassen zu sagen, ja, soll man zulassen, also legalisieren oder nein. Also wie gesagt, das ist ein schwieriges Feld und ja, selbst Fachleute stoßen da auch nicht an Grenzen und müssen da genau gucken, wie es weitergeht, genau. Okay, auch die Fachleute müssen das in einem Satz jetzt beantworten. Herr Dr. Kirstein. Ich bin trotz der Vorteile, die Legalisierung in juristischer Hinsicht mit sich bringen würde, gegen die Legalisierung, weil die psychiatrischen und sozialen Auswirkungen so schlimm sind. Okay. Und Frau Mästnir? Ich kann mich nicht auf eine Seite schlagen. Ich bin dafür, dass diese Resolution der Strafrechtsprofessoren zur Überprüfung des Betäubungsmittelgesetzes endlich ernst genommen wird und diese Diskussion geführt wird, eben weil die Implikationen so vielfältig sind. Okay, vielfältig, liebe Zuschauer, war auch die Diskussion in der letzten, ja, etwas mehr als eine Stunde. Wir haben uns zu bedanken bei den Gästen. Wir haben uns vor allen Dingen zu bedanken bei Dr. Kirstein und der Tagesklinik hier an der Sternbrücke. Ein interessantes Thema, das, denke ich mal, weiter diskutiert wird und hoffe ich, den ein oder anderen Anregungen auch gegeben hat, wenn es zu solchen Problemen kommt, um sich an entsprechende Stellen zu wenden. Dietmar Pauk und ich wünschen Ihnen erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Wir sehen uns garantiert zu den Kommunalwahlen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Untertitelung. Untertitelung.